Musik und Tanz schlägt Brücken zwischen allen Ländern dieser Erde. Es gibt hunderte verschiedene Rhythmen und Tanzstile auf jedem unserer Kontinente. Gerade der orientalische Rhythmus und seine Bewegung lassen sich mit jeder Musik und jedem Tanzstil kombinieren. Die Jugend der Thalia-Dänzer zeigt Ihnen nun, wie gut Bauchtanz, Mambo und Cha-Cha-Cha zusammenpassen. Thalia-Dänzer-Jugend! Musik und Tanzstile 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 Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020